Die Innenstadt-Paleontologie Jemand hat Mais gegessen. Man könnte also darauf schließen, dass es hier in der Nähe ein mexikanisches Restaurant gibt, das Chili con Cana auf dem Speiseplan hat. Richtig, richtig, richtig. Oder er war so ein pfiffiger Puzzle-Pensionär in seinem Hobbykeller, seit Monaten den Hamburger Michel aus Maiskörnern nachgebaut und das ist jetzt so übrig geblieben. Ja, wie auch immer. Unser momentaner Untersuchungsgegenstand ist die Innenstadt der Freien und Hansestadt Hamburg. Sie sitzt da mit ihrem Kaffee und schaut aus dem Küchenfenster über Hamburg und ganz ganz hinten über der Silhouette, da kennt sie den ersten Sonnenstrahl am Himmel aufgehen. Und der dringt eben rum und der bringt so ganz kleine Staubkörner zum Tanzen, zum Glitz. Und dann einmal hat sie das Gefühl, dass ihr Kaffeebecher mit ihr reden würdet. Koffein, Koffein, schau hernieder. Ja? Ja? Oh! Das ist echt gut. Das geht nicht. Das geht nicht. Man merkt es richtig so, wie man... Äh, äh, äh... Das ist ja alles völlig kassig. Ich nehme dich auch ohne dich jetzt nicht. Wir müssen viel mehr bauen. 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 Aber aktiv. Mein Herr, Sekreuer, intensiv. Was ist das? Sie wollten... Sie wollten... Sie wollten Versicherung. Sie wollten... Äh, äh, äh... Weinten. Sie wollten... Sie wollten... Sie könnten... Ich wooll... Ich wooll... Ich wooll. Sie sollen... Was die Menschenúnich gemerkt haben, das war ... Aber... ...ein Augenblick ist geschlossen. Sudem6 Ich bin Christian Reichel und künstlerischer Leiter des Fleet Street Theaters. Wir versuchen, junge Gruppen, die jetzt gerade sich ausprobieren, eine Plattform zu geben. Das Programm besteht aus unterschiedlichen Produktionen, aus dem Sprechtheaterbereich, aus der bildenden Kunst teilweise sogar, aus der Performance, aus dem Tanzbereich. Das Fleet Street Theater in der Form, wie es sich jetzt zeigt, wird es noch ziemlich genau sechs Wochen geben. Die Produktion, die Night Breezes, schließt sozusagen den Vorhang über das Theater. Sag mal, Peggy, wo soll man eigentlich wohnen? Und da Phil eine Schnecke der alten Schule war, legte ja Peggys Angebot ab, bei ihr zu wohnen und begab es sich auf dem städtischen Wohnungsmarkt, hier in Hamburg auf Niederdeutsch Fuhl Höll, Sumpf der Hölle genannt. Aber das wusste Phil nicht und so macht er sich auf den Weg. Oh ja, ey, Peggy Sue hatte recht, der Schimmel an den Wänden und der gegogene Geruch, die sind jeder Lachstrecke, die Lachschleimhäuste zu Berge stecken. Aber es muss auch in dieser Stadt noch was anderes zum Wohnen geben, als ein faules Stück Obst. Ah, das hier, das hier, das hier wird es sein. Und ja, diese Baustellen, die haben jeden Morgen um sechs direkt hinter unserem Fenster. Aber find mal was in guter Lage. Diese Stadt ist das einzige Wohnraum Tschernobyl. Das 90-11 der Eigenheime. Vor jedem scheiß Wohnloch stehen sich die Nacktschneckenkarawanen, die Schleimhäute in den Bauch. Das kann doch nicht gut sein. So, letzter Versuch. Phil, 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 du musst doch nicht traurig sein. Du trägst doch das schönste Haus in dir, das Haus unserer Liebe. Phil, 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 Phil Harrow! Haben wir nicht was vergessen? Das ist ja wieder mein gutes, schlechtes Beispiel dafür, wie in unserer Gesellschaft mit Klobösten umgegangen wird. Stich von Ignoranz! Wo lebensanft die Hand mir reicht, die Luft riecht nach gebrannten Mandeln. Ich will zurück ins Land der Träume und 200.000 Watt hängen löstern von der Altbaudecke. Bitter süßes Schattenreich! Kristallfrismen verteilen großzügig jägen Bögen über den Schüssel. Tausend kleine Zwischenräume und zwölflagiges Seidenpapier verschönert den Abschied, wo lebensanft die Hand mir reicht. Wo du meine Wunsch trete, auf die ich in meinen Träumen schließ, komme nieder und errette, was der Mensch hier hängt. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.